BG Göttingen in der Bundesliga spielt. Hier in Göttingen, ich wohne hier, bin hier geboren und werde hier sterben. Wenn man nicht so Basketball-Fanat ist oder Fußball-Fanat ist, bei so einem Spiel dabei zu sein, das ist einfach voll krank. Und ich hatte des öfteren Gänsehaut, weil ich mich selber gar nicht so kenne. Und das waren die letzten 15 Sekunden vom Spiel. Es steht einfach 74 zu 73. Das war der letzte Angriff, dann war ein Foul und der Korb ist drin. 75 zu 73 und das ist jetzt der letzte Angriff von den Gegnern. Das heißt, es muss ein Dreier her. Ding ist, sie kamen sogar zum Wurf, er hier, das ist jetzt in der letzten Sekunde passiert, pass auf. Und trifft er, trifft er und hätten sie den Ball getroffen, hätte Braunschweig gewonnen. Aber so hat Göttingen das Spiel gewonnen. 75 zu 73. Ich sage euch, ich hätte nicht erwartet, dass die Stimmung hier in der Sparkassen-Arena so krass ist. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das war euer erstes Basketball-Spiel, wie fandet ihr es? Mega geil, das war es Hammer. Göttingen, auf geht's.